Immer mehr E-Fahrzeuge sind auf deutschen Straßen unterwegs, aber wenn so ein Elektroauto mal brennt, dann ist es mitunter gar nicht so leicht, das auszubekommen. Insbesondere der Akku ist ein Problem, denn der heizt sich quasi immer wieder von alleine auf. Bei der Feuerwehr in Immhausen, da hat man deswegen jetzt ein ganz neues Gerät angeschafft, das das Wasser ganz genau dahin bringt, wo es auch hin soll, um das Elektrofahrzeug ja dann im besten Falle schneller zu löschen. Ich habe mal nachgefragt bei Stadtbrandinspektor Heiko Reuse, warum das Gerät angeschafft worden ist und wie das Ganze funktioniert. Wir haben uns entschieden, nachdem Ladesäulen bei uns im Stadtgebiet installiert werden sollen, zunehmende Anzahl von E-Fahrzeugen, die im Stadtgebiet unterwegs sind, wollen wir halt gerüstet sein, so ein Fahrzeugbrand, E-Fahrzeugbrand auch im Falle X löschen zu können. Das System selber ist ganz einfach aufgebaut. Wir versuchen mit so einem Dorn in das Fahrzeug einzudringen. Wasser wird reingebracht, dadurch wird die durchgegangene Zelle von den anderen Zellen separiert und wenn alles gut geht, ist das Feuer relativ schnell aus. Ja, ein paar hundert Liter Wasser werden dann also quasi direkt in den Akku injiziert. Zum Vergleich mal, wenn man so einen Container hat, wo ja sonst Elektrofahrzeuge mal reingetunkt werden, für den braucht man mehrere tausend Liter, also schon eine Wasserersparnis. Und die Feuerwehr Imhausen ist da ein Vorreiter bei diesen Geräten, sonst ist sowas in Hessen bisher noch nicht angeschafft worden. Also hier ist man ganz vorne mit dabei, um dann künftig, falls es dann mal zum Elektroautobrand kommen sollte, möglichst schnell löschen zu können.